Miele Hunziker – Mega-Umstühling beim Friseur Huch, was ist das denn? Eigentlich kennen und lieben wir Miele Hunziker ja mit ihrer langen blonden Mähne. Doch ein Besuch beim Friseur bringt nun eine vollkommene Stilveränderung mit sich. Miele Hunziker beim Friseur. Miele postete diesen in ihrer Instagram-Story, um ihre Fans an der optischen Veränderung teilhaben zu lassen. Mit einem Kittel um den Oberkörper und Farbe in den Haaren sitzt Miele auf einem Salonstuhl und begibt sich ganz in die Hände des Profis. Noch sieht sie entspannt aus. Aber das ändert sich, als Miele später das Ergebnis des Umstühlings sieht, rote Haare. Die Moderatorin sieht skeptisch aus und schreibt als Kommentar, wie sie versuchen, dich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Doch keine Sorge, Miele hat ihre Haare nicht rot färben lassen. Es handelt sich um eine Perücke, mit der Miele ihre Usa ein bisschen auf die Schippe nimmt. Auf den neuesten Fotos in ihren sozialen Netzwerken ist sie schon wieder gewohnt blond. Auf den neuesten Fotos in den Haaren ist sie schon wieder gewohnt. Auf den neuesten Fotos in den Haaren ist sie schon wieder gewohnt. Und so weiter fragst. Und so wieder ganz in den Haaren. Und so weiter fragt.